Was immer, es ist mein Baby. Was immer, du bist mein Baby. Was immer, du fühlst mein Baby. Mein Name ist Christoph Schön. Ich bin in der März Halle Basel, verantwortlich für die öffentlichen Veranstaltungen. Was immer, du fühlst mein Baby. Was immer, es braucht, du bist glücklich zu sehen. Was immer, du bist mein Baby. Was immer, du bist mein Baby. Zum Beispiel Marz, Kochkurs und Glasiger. Plötzlich grüsst er euch nicht mehr. Du weisst zwar, wie ihre Katze heisst oder was sein Lieblingsessen ist, doch man grüsst sich nicht mehr. Ich denke zu viel und manchmal zu wenig. Herz aller Liebste, nichts hält ewig. Manchmal, meine Sonne, da musst du einfach gehen. Nach vorne, denn nach hinten ist der Weg auf ewig versperrt. Das macht aber nichts. Eine ziemlich, ziemlich alte Dame öffnet mir ihre Türe. Im Hintergrund läuft Keschers TikTok, but the party don't stop. An der Wand hängt ein Artikel der Zeit über Albert Einsteins Relativitätstheorie. Und auch sonst liegen sehr viele Zeitschriften der New York Times und Zeitungen. Eine ziemlich alte, eitle Dame scheint sie mir zu sein. Dank Swisslos ist ein Oben wie heute möglich.